Leitfunkstelle Rhein-Main für NRW7 kommen. Leitfunkstelle Rhein-Main. NRW7 hat Patienten mit Herzinfarkt geladen. Vertriebe nicht an. Help mir doch. Sag's mal, Sie sind wohl... Ich weiß nicht, ich glaube, er ist bewusstlos. Hat er sich was getan, aber nicht durch diesen kleinen Bumpf. Nein, nein, er muss schlecht geworden sein. Was soll ich denn jetzt machen? Was ist mit dem Angriff? Er hat was mit dem Herzen, soll ich sagen. Er ist bewusstlos, atmet aber noch. Sie sollen schnell kommen. Wir verständigen den Notarzt. Ja, geht schon. Ich hab's schon. Papa! Hallo? Ja, hier ist Frau Kranepohl. Ja, bei uns ist was passiert, hier in der Siedlung. Musik 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 Ein Arzt, zwei Pfleger, zwei Schwestern, immer dabei. Danach im Bett, der Fahrschule wieder her. Die haben ja was auf dem... Die haben ja was auf dem Kasten, spitze! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020